Er hat uns erklärt, was er da machen wird, und dann hat er seine Hightech-Wage ausgepackt. Daran kommt ein bisschen zu lernen, warum da eine Plattung ist und was die Plattung hat. Und dann kommt ein bisschen zu lernen, wie er sich in den Hightech-Wage eingesetzt hat. Und dann kommt ein bisschen zu lernen, wie er sich in den Hightech-Wage ausgelegt hat. Das ist ja auch wichtig. Wie er sich in den Hightech-Wage verfolgt hat. Wir haben ja auch heute hier im Hightech-Wage gemacht. Das heißt, ich habe ihn in diesem Hightech-Wage gesehen, dass er sich in diesen Hightech-Wage ausgeschlossen hat. Und das ist eine gute Idee.